Yo! Wir wollen mich doch verarschen! Mit 4 Kidwerfer! 4 Stück! Was? Alter! Hey Freunde! Fix hier! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite hier auf meinem Channel! Freunde, wir spielen heute Solo vs. Squad Ihr habt schon wieder reingeschaut, Leute Jetzt dürft ihr wieder einen Daumen nach oben da lassen Nein, Spaß Leute, ich hör auf damit! Wir spielen pures Gold Das gibt es jetzt leider nur als Team-Modus, aber ich hab gedacht ich zock trotzdem mal eine Runde, ich schau mal rein Es könnte ziemlich schwierig werden, weil beim First Drop eine Milliarde Menschen immer landen Aber ich werde mich anstrengen Und ich werde jeden einzelnen von diesen kleinen Knechts knechten lassen Ja, macht das Sinn? Ich glaub fast schon. Leute, wir landen hier mal ein bisschen Safe außerhalb Gönnen uns hier die Pistel Schauen, ob da jemand beim Haus landet Wenn nicht, gönnen wir uns auf jeden Fall noch das Haus hier Nice one! Direkt einen Sniper bekommen! Wir können eigentlich jemanden wegholen Komm Yo, Bro Wen willst du hier verarschen, Junge? Schießt auf mich? Dass ich nicht lache, Alter! Hast du einen Headshot kassiert, ne? Das schmeckt gar nicht gut, Kollege! Das Medi-Kit können wir erstmal wegpacken Und ich glaub ich geh mal auf den Finish Einfach, damit er nicht Revived wird, Leute! Einfach weil er es verdient hat, ne? Ich bin bösartig So schaut's nämlich aus! Freunde, ich bin echt gespannt Ob ich hier gleich richtig Auf Schnauze bekommen oder nicht Weil... Ihr kennt's ja, ne? Skill-based Matchmaking Die Leute Hauen einen richtig um Aber... Ich glaub ich schaff das schon irgendwie Ich glaub einfach an mich So wie er Da... Keine Ahnung... Rumsteht Das sind aber auch keine Bots, ne? Leute, das sind keine Bots Ich glaub die waren einfach nur schlecht, die beiden Mein Glück Oh, nice Shotgun am Start Ich glaub ich nehm diese Shotgun hier mit Einfach aus dem Grund Dann kann ich vielleicht noch einen Rocket Lounge Oder sowas mitnehmen Bei Solo vs. Squad Ist eigentlich immer ein bisschen besser Wenn ich öfter mit der Pump schießen kann Okay, hier sind noch ultra viele Leute gelandet Wieso höre ich keine Schüsse? Was ist mit denen? Freunde? Seid ihr hier? Okay, da vorne wird geballert Da gehen wir jetzt drauf Oh, knappe Sache Jo, da wird richtig geballert, Leute Da müssen wir auf jeden Fall rein Hello, my friend! Ach, komm! Nice one! Guten Blumen gehabt Ich glaub er hat fast... Nice Lol, was? Uff, alter Was ist denn hier los? Ganzes Squad ist es Oh, der hat ne Heal-Kanone Okay, einer müsste aber noch leben Oder der hat sich selbst umgebracht Das kann natürlich auch sein Aber theoretisch müsste noch einer leben Hey Jungs, seid ihr alle tot? Gut Einer lebt safe noch irgendwo Hier, oh! Oh, mein Gott Was? Das ist nicht mal der Teammate? Wo kommst du denn her? Ey, Kollege! Wo sind deine Mates? Schau mal, ich hab doch noch einen knockt, ne? Hier unten drin Pickschild Lass ich mir schmecken War das der? Der revived das? Leute, ich check's nicht Eigentlich müsste ich noch einen genockt haben Oh, ich hab jemanden gehört Oh, da Freunde, da ist er drin Okay, okay Uff, alter Okay, das war der Das war der Nice one Sechs Kills, Leute Uff, so Nice Biggie Dankeschön dafür Alter Schwede Die Leute sind ja ultra sneaky unterwegs gerade, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier die Runde gewinnen werde Weil, wenn ich auf dem Squad treffe Welches komplett beisammen steht, ne? Die haben alle eine goldene MP am Start Das heißt, die werden mich einfach komplett durch die Wände weglasern Aber ich bin zufrieden mit sechs Kills in der ersten Runde So muss das sein What? Und What? Ja, moin, alter Okay, da vorne haben wir noch eine Stadt Die müssen jetzt auch in die Zone kommen Also hier rauslaufen Wir nehmen mal das Boot und sagen, wir gehen mal in den ihre Richtung auf jeden Fall Yo, da ist einer Hier ist auf einen Fall einer Oh, haut der ab? Der haut ab Oh, ich brauche einen Safe Schuss Leute, das sind zwei Nice one Oh, der ist komplett one shot Andern auch einmal getroffen Okay, ich geh da mit dem Boot drauf Leute, was soll's Was soll's, alter Einfach mit dem Boot hinterher What? Yo Yo Drei Raketenwerfer Alter, die Die wollen mich doch verarschen Ohne Spaß Die wollen mich doch verarschen Die wollen mich doch verarschen Zu viert Mit vier Raketenwerfer Vier Stück Was? Alter Oh mein Gott Oh mein Gott Was war das? Was war das? Leute, wir gehen in die zweite Runde So, ich bin in der zweiten Runde und ich lande bei Slurpee Swurpee First Drop natürlich Ich hoffe, ich werde nicht wieder mit vier Raketenwerfern gepusht, alter Ich hab ja gedacht, Leute Ich grassiere bestimmt so vier MP Sprays in meine Fresse Aber vier Raketenwerfer? Vier Mal? Das ist schon sehr heftig, muss ich sagen Und das war schon sehr heftig Lass mir ein Midlines-Like da Oh mein Gott, wie viele kommen hier schon wieder mit? Schon ob hier wieder genauso viele Kills machen Wie gesagt, ich hab nicht gedacht, dass wir überhaupt hier die erste City überleben Ich hoffe, euch gefallen auch solche Videos Wo ich halt einfach, keine Ahnung, just for fun drauf losspiele Wo jetzt nicht unbedingt der Win am Start ist Und Oh shit Speed Wir haben nur eine MP Ich würde mich ungern da reinsetzen Es dauert zu lang Warte, wir nehmen nur hier die da mit Oben ist einer Oh mein Gott Okay, hoffentlich kommt da keiner rein Ich hab mir kurz Bandys rein Und dann klopp ich mir noch diese Container da rein Alter, außen ist voll Action Okay, nice, 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 nice Kurz die MP noch reloaden Ja, wird schon keiner kommen, Leute Alles easy Oh mein Gott, ich hör schon wieder Raketenwerfer außen Ich hab einen Trauma, Leute Da ist einer drin Oh mein Gott Nice one Danke dafür Zwei Minis Alter, der hat auch nur MPs Willst du mich verarschen? Schau mal, ich hab Ich hab vier MPs Hä, was soll ich damit anstellen? Ich kann doch nicht die ganze Zeit MP Sprays reinballern Oh, hier komm ich nicht durch Bin ich so fett, Leute Richtiger Fettsack Okay, oh mein Gott Dass ich noch lebe Nice, und wir haben eine Shotgun Und wir haben nochmal zwei Biggies am Start Auch nicht schlecht Ich glaub, hier ist noch einer Oh, hier ist sogar einer drin Wo sind die? Da außen Nice one Du bist tot, Kollege I'm sorry Hast du Mats für mich? Oh, nice, ne Sniper Ah, die Pump nehm ich jetzt mal nicht mit Nimm mir mal lieber hier die Biggies mit Die zwei Stück Komm Zeig dich, Kollege Noch einer hier in meiner City Oh mein Gott, sehr gut Der andere hat schon wieder einen Raketenwerfer, Alter Ich krieg die Krise, Leute Ich krieg eindeutig die Krise hier Okay, aber wie es ausschaut Ich glaub sind ARs Äh Nicht vorhanden Oh mein Gott Ich hau ab, Leute Ich hau einfach ab Okay Oh mein Gott Was? Von wo schießt der? Oh Gott, ich hab nur noch 200 Metz Komm, zieh rein, Digga Zieh, 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 zieh Hä, von wo hat der denn auf mich geschossen gerade? Ich glaub dort drüben Ich glaub dort drüben war es Alter, irgendjemand snipet auch schon wieder auf mich Leute, ich geh mal ein Stückchen zur Seite, ne? Wir hauen mal kurz ab hier Und gönnen uns ein bisschen Metz Gar kein Bock auf den Kampf Wo der weiß, wo ich bin Und ich hab keinen Plan, wo das sich versteckt Alter, wie viel bringt der Zaun? 50 Eisen Ein Zaun Let's go Let's go Ehre genommen, Alter 50 Eisen Ein, ein Zaun Habt ihr's gesehen? Schau mal, der hat auch kein Sturmgewehr Nur diese Burst Ja, okay Burst ist halt auch Crap, ne? Wir bräuchten vielleicht ein bisschen Reserve hier Das wär nicht schlecht Ein paar Minis oder so Ich nehm mal die Bannys Da vorne läuft einer Ich glaub das ist der Typ mit dem Raketenwerfer Nice one 21er White Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Nein Ich quinte nichts Willst du mich verarschen, Alter? Er nimmt mir komplett die Ehre weg Leute Leute